und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge let's battle battlefield 4 final stand mit der a n ja wir spielen final stand die das final stand die ist sie obwohl ich eigentlich wollte dass wir dass wir second assault noch mal spielen aber das problem ist dass hier einer schossen wurde denn das problem ist dass nicht mal team deathmatch mehr bei second assault ging das problem liegt daran dass die server voll waren ich habe dann mal nachgeschaut und deswegen habe ich mal geschaut wo ist denn jetzt mal eine schöne lange runde battlefield zeit und dann habe ich mal das dlc ausprobiert bei final stand und es ging es klingt sogar sehr gut komisch hat was so a ja okay gut b werden die aber nicht bekommen wie beide runter rutschen von wo denn verdammt oh gott wo ist der ich sehe nicht den kleinen penner aber okay ja wir spielen auf operation whiteout ach da hinten ist er wow ja ich lasse den mal in ruhe oder oh scheiße okay ich lasse mich da mal nicht blicken ich gehe mal lieber schnell zu b so stirb ach scheiße alfc der skill kommt belebt mich wieder bitte ich finde final stand die ist hier auch sehr gut wie gesagt naval strike obwohl ich weiß gar nicht mehr welches das schlechteste war aber ich hätte auch gerne second assault gespielt vielleicht der morgens es ist ja immer noch spät abends also jetzt ist sogar noch später was irgendwie logisch ist aber es ist fast 23 uhr und von daher wird jetzt ein bisschen find the stand gezockt und dragon steve ist jetzt die installiert das heißt ich kann dragon steve demnächst auch mal zocken da war nicht wundern bitte das samt lol ist ein cooles emblem das frostbite zeichnen als deutschland flagge das cool ähm aber da nicht wundern ich habe ein anderes thumb nail in einer anderen art halt ich habe zu jedem anderen dlc ein anderes thumb nail aber da sieht es ein bisschen anders noch aus nicht wundern oh das war's oh okay ist ein bisschen doof drei minuten ne wie die sich freuen ja gut drei minuten halt ne wird halt noch ein bisschen was hinten ran gegangen wird halt eine längere folge heute mal vor euch wie gesagt rush kann auch sehr sehr schnell vorbeigehen es kommt halt wirklich immer drauf an ach so hab mal kurz was getrunken aus einer dose ja jetzt wahrscheinlich gerade richtig gehört ich gucke mal ganz kurz nach was beim battle lock oh darf ich nicht beim battle lock nachgucken okay dann nicht weil ich wollte eigentlich mal schauen ähm oh die tarnung ist nice die will ich haben spiele zehn stunden final stand okay gewinne zehn roh ach immer nur gewinnen okay gut so was ist ja easy frostbite aha coole tarnung operation whiteout anscheinend ist das nur ein operation whiteout server es kann natürlich auch sein dass zweimal operation weiter kommt und dann nochmal was in eine andere map aber wie gesagt wir haben ja die runde und ich wirklich mitgespielt und jetzt können wir es mal mitmachen wir bleiben natürlich bei der arn und wir sind verteidiger ach du scheiße huiuiui gut versuchen wir die runde gut zu gewinnen indem wir jetzt einfach mal beide ziele verteidigen verteidigt lassen wenn wir jetzt 100 kills machen ohne dass beide ziele kaputt gehen haben wir gewonnen ich glaube das hier ist wow kurzer leck ich glaube das hier ist die klassische team deathmatch variante von operation whiteout hier ist ein satellit interessant warum auch immer aber okay die kleinen wichser ey die sind wahrscheinlich oben auf den bergen ich gehe mal obwohl die müssen eigentlich a und so bekommen gut dann gehe ich jetzt mal hier rauf scheiße vielleicht hätte ich mir eine sniper mitnehmen sollen das wäre vielleicht auch nicht so schlecht gewesen ist sehr gut ach leck mich doch man kommt spring ihn um da ach scheiße ich wurde wieder belebt danke lol ihr wichser sergeant skinner oh mein gott ah ich hatte doch bei den anderen leuten spawnen können ah ich vergesse das immer bei dem deathmatch geht das ja nicht deswegen wir gehen mal zu a ich glaube b wird ganz gut bewacht a ist so ein mittelding deswegen werden wir da jetzt einfach mal hinlatschen da ist aber ein glück keiner gut dann gehen wir jetzt mal hier nach oben ach ich finde schnee toll schnee finde ich mal super ich bin ja wieder da ich bin ja wieder da ist alles cool oh nein die wollen zu a oh der leckt der leckt der hat geleckt so ein bisschen aber okay ich war auch teilweise selber schuld toll jetzt wird der bei a planten ganz super wirklich ganz toll komm lass mich spawn jawohl komm oh geil oh mein gott ich hab'n ich hab'n rush service da sowas gibt es hier auch noch stimmt mit team modi äh mit modi ich glaub'n team deathmatch service da hab'n schon siebenmal oder so gefühlt oh da ist schon wieder einer zu a ach scheiße oh danke äh was ist mit a oh man dieser mörser ne ihr müsst a machen oh danke leute ist noch ne bombe hochge- oh nein so weit sind sie schon ja okay beide sind dann schärft super dieser scheiß mörser ey der geht mir so auf die eier mit diesem piss ding fuck dich wie was ach scheiße lol der hat mich gekehlt ich dachte der da vorne danke aber die bombe ist wichtiger komm entschärf 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 komm schon Please. Jawohl. Gut gemacht. Ich gehe mal zu B rüber. A ist aber ganz schön heiß begehrt, muss ich sagen. Aber B könnte es jetzt auch demnächst sein. Nein. Nein, nein, nein. Hilfe zählt als Kill. Okay. Gut. Oh, noch 76. Das schaffen wir doch niemals. Oh, was? Schade. Hätte klappen können. Ich brauche mal kurz Leben. Squat spawnen bei mir. Das ist super. Keine Ahnung, wo du hinsetzt. Aber du solltest lieber wieder herkommen. Jawohl. Ich habe ihn. Ich habe unser Team verteidigt. Wenn ich das nächste Mal sterbe, nehme ich doch, glaube ich, lieber Pionier. Weil das ist mir gerade sehr, sehr wichtig, dass ich hier nicht sterbe. Dass wir das hier jetzt schon gewinnen. Das wäre einfach nur richtig gut. Richtig gut. Dann war einer. Die kommen mir nicht vorbei. Die M-Komm-Stationen werden nicht gerusht. Vielleicht bei B jetzt mittlerweile. Ah. Mein Gott, geht nochmal kaputt, ey. Puh. Ich bin gerade wieder ein bisschen angespannt. Weil es ist halt... Es ist halt einfach nur spannend, deswegen. Oh. Da schießt irgendwas. Oh Gott. Die sind da ganz hinten teilweise auch. Also bei B weh niemand hin. Aber ich bleib trotzdem mal bei B. Man weiß ja nie, irgendeinen gibt es immer, der sich hier so anschleicht. Na, keiner. Dieses Mal. Boah, von ganz hinten snappern die war. Da sind so eine Schweine. Aber solange da alle bei A sind und wieder noch 65 killen müssen. Oh was. Oh Gott. Nein. Der kann jetzt zu B vor. Nein, der dringt zu B vor. Der dringt zu B vor. Falls mich jemand hören kann. Der dringt zu B vor. Das ist uncool. Das ist ganz doll uncool. B ist in Gefahr. Vergiss es. Du kriegst keine Punkte, du Sau. Never. Niemals. So. Wir haben jetzt einen Frontgriff. Das ist vielleicht ganz gut. Auch wenn die eigentlich so ganz gut ist, die Waffe. Ich brauche gar keinen Frontgriff. Aber Battlefield ist ja mit den Stats immer ein bisschen anders als COD. Das heißt ein bisschen eigentlich ganz anders. Von daher weiß ich gar nicht, was der Frontgriff jetzt hier verändert. Eigentlich ja nur... Blö, was ist das denn für ein Ding? Wie geil ist das denn? Was ist das? Hammer. Da hinten war ein Gegner. Alles klar. Die wollen zu B. Oh, wie süß. Da hat einer auch diese Päckchen. Ist ja putzig. Die Päckchen hat man, glaube ich, bis Level 3 noch oder so. Also hier scheint er ein Neukömmling zu sein. Okay, wo auch immer die sein mögen. Ich finde euch. Hier war auf jeden Fall einer. Ich habe ihn gesehen. Ah, der ist da hinten. 57 Leute noch. Wow, wir haben fast die Hälfte geschafft. Krass. Schaffen wir es wirklich beim ersten Rushpunkt alle zu killen? Das hätte schon irgendwas, ey. Das hätte richtig geile sogar. Von wo snipern die denn alle, ey? Das ist ja teilweise am Arsch der Welt, wo die snipern. So, also hier werfe ich gleich mal Medikit hin. Da, komm, nimm. Falls du willst. Falls nicht, ist auch nicht schlimm. Oh, die und ihr Mörser, ey. Sniper. Kann man da rauf? Die haben irgendwas geworfen. Die sind doch gerade mit irgendeinem Fahrzeug gekommen. Ich habe es doch gesehen. Ich habe es doch gesehen, verdammt. Jawohl. Oh, schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Oh mein Gott. Schnell weg. Alles klar. Ich warte jetzt hier ganz kurz. Shit, 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 shit. Nein. Die kommt durch. Die dürfen nicht durchkommen. Die dürfen es nicht. Die dürfen einfach nicht durchkommen. Komm, ich muss irgendwo nachspawnen. Irgendwo. Nein, hier. Jawohl. Scheiße. Jetzt kommen die da alle. Wirklich jetzt? Ich habe B gerade gesucht, ich Idiot. Und ich habe es nicht gefunden. Okay, das ist jetzt ganz, ganz schlecht. Nein. Sag jetzt nicht. Hat niemand, wird zurückgelassen. Nein, B ist zerstört. Ah, der Penner da unten, den wollte ich auch noch holen. Oh, jetzt müssen wir nur noch A holen. Aber das Gute ist auch teilweise, jetzt wo eins hier zerstört ist, werden die sich an A hängen und umso mehr Leute halt kommen, desto schneller geht. Oh mein Gott, ihr wisst schon, was ich meine. Desto schneller kriegen wir auch Kills, wenn wir gut sind. Wenn wir gut sind. Komm schon, komm raus, du Saftsack. Ich glaube, das war zu weit. Alter. Da hinten sind schon welche. Wir sind schon bei A teilweise. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. A hat jetzt höchste Priorität. Aber sowas von. Oh Gott. 27 noch. Kommt, Leute. Das schaffen wir. Wir sind keine Noobs oder so. Wir schaffen das schon. Oh nein, wie viele da sind. Oh Gott. Es sind so verdammt viele. Und mein Hund hat schon wieder geklefft. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Ich werde es einfach nicht mehr erwähnen. Ach, am Arsch im Gefecht. Okay. Nein. Nein. Oh, scheiße. Oh, bitte nicht, ey. Wir haben so viele jetzt gekillt gerade. Oh Mann. Und wie die vordringen. Und wie die vordringen. Komm schon. Lass mich spawnen. Die Fotze. Nein, nicht Bomben. Nein, die Bombe ist scharf. Danke. 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 Komm. Wir müssen zu A. Wir müssen jetzt ganz, ganz schnell zu A. Nein, das schaffen wir nicht mehr. Ist das euer... Ist das jetzt euer Ernst? Na toll. Super. Jetzt haben die wieder 100 Tickets. Ach Gott. Nein, ey. Ist doch nicht euer Ernst jetzt, oder? Jetzt haben die wirklich das noch geschafft. Och Mann, ey. Ja, wirklich, wenn die Runde ewig dauert, dann mache ich daraus zwei Parts. Sorry, aber... Wenn das mir zu lange dauert, dann ist das echt so. Ich werde jetzt noch mal gucken auf die Uhr immer. Weil es ist schon bald... Oh, ich muss rülpsen. So weit. Toll, jetzt ist das Feld hier noch offener. Super. Ganz toll. Wisst ihr was? Die haben Fahrzeuge und wir nicht. Das finde ich scheiße. Das ist unfair. Du Schlampe. Oh, ich wurde befördert. Wie cool ist das denn? Ja, der kriegt dich natürlich. Ist klar. Der schießt mich ab. Wollen wir nicht, ne? Eigentlich sollte ich gar nicht so weit vorne rausgehen. Die müssen ja kommen. Nicht wir. Eigentlich ist das Quatsch, was ich hier mache. Nein, nicht der Spawn. Ah, toll. Hui, und Tschüss. Hab ihn. Lol. Oh mein Gott, der Matrix. Äh, Soldat. Halt die Fresse. Ich weiß, wo hier Leute sind. Hä, ich bin ja da. Ich bin ja da. Ich bin ja da. Alles cool. Alles cool. So, der Typ da hinten, der... Scheiße, hätte ich mehr Munition gehabt, hätte ich ihn bestimmt gekillt. Oh, dieser Scheiß-Sniper. Wisst ihr was? Ich wechsle jetzt auch auf Sniper. Tut mir leid, Freunde, für diesen... Für diesen Bruch der Waffen. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Die haben es nicht anders verdient, ey. Ich muss mal... Wir haben einen Meter einstellen. Moment. Scheiße, von wo denn? Ach, von da. Ja, klar. Mit einer AKU. Ah, Freunde. Und die sind schon wieder so weit vorgedrungen. Ich könnte kotzen, könnte ich, ey. Ja, wüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Wir alle auf den rauf gehen, wie krass ist das denn? Alpha? Oh man. Muss ich kurz heilen. So. Alpha ist jetzt ganz scheiße. Okay, entschärft, entschärft. Ach man, ich fühle mich mal selbst heilen. Oh, jetzt ist es schon wieder bei A, ey. Äh, bei B. Oh, ist das ein Hin- und Herlauf hier. Schade. Hätte er klappen können. Gut, jetzt nehme ich wieder meine AN. Weil jetzt brauche ich meine Sniper auch nicht mehr. Ist das nicht toll? Ey, wir sind echt nicht in der Lage, irgendwas zu verteidigen. Das ist echt der Wahnsinn, ist das. Ja, super. Ganz toll. Jetzt brauche ich wieder meine Sniper oder was? Ihr könnt nicht mal alle. Scheiße. Scheiße. Hahaha. Tot ist er. Mehr auch nicht. Aber ganz schön viele Punkte sind bisher schon echt eingeflossen. Das ist echt der Wahnsinn. Ich habe ja keine Ahnung, was ich alles bekommen habe. Ich habe einen Service da. Äh. Dann noch da irgendein Abzeichen. Jetzt habe ich noch eine Mündungsbremse. Wie, das wurde aktiviert? Ist jetzt aber scheiße. Pass mal auf, Kumpels. Jetzt ist es entschärft. Und ich habe sogar Medikit-Ribble bekommen. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Komm. Heil dich, heil dich, heil dich. Oh, Gott. Oh, jetzt kommt da noch einer. Komm, mach den doch weg. Ey, es ist nur einer. Und der macht einfach alle platt. Okay, der ist tot. Das ist gut. Mit der UMP. Puh. Mit der Sniper haben wir auch nichts gerissen. Aber okay, gut. Wir hatten noch kaum eine Chance. Ach, die da hinten. Weg ist er. 46 noch. Das ist der Wahnsinn. Boah, Fick dich, Alter. Komm, heil dich schneller. Nein. Dieser Wendel los. Komm, das müssen wir jetzt aber schaffen. Ey, ganz im Ernst. Könnten wir sogar vielleicht nur in dieser Folge schaffen. Zack, weg ist er. Nein, wo lebt er denn noch? Jawohl, wenigstens noch einen weggeholt. Ein Ticket weniger. Immerhin. Oh, ich will gar nicht wissen, wie viele Tickets wir haben. Ich hoffe, wir haben schon irgendwas mit... Also nur noch 20 oder so. Das wäre echt awesome. Neun und... Oh, 29. Das ist echt verdammt viel. Aber wir schaffen es hoffentlich. Ich weiß es zwar nicht. Aber es kann sein. Vor allem jetzt würde ich wieder meine Sniper gut gebrochen können. Da hinten ist auch irgendwo einer. Ach, da liegt auch einer. Boah. Gut, ich mache hier jetzt den Cut. Wir sehen uns. Die Schlacht geht für euch morgen weiter. Oder übermorgen. Ciao. So, jetzt kann ich aber wirklich sagen, wir kommen zurück. Die Runde, ihr kennt sie ja noch. Herzlich willkommen zurück zuletzt. Battle, Battlefield. Jawohl, warum eigentlich herzlich willkommen zurück? Es ist ja dieselbe Folge. Mein Gott. Ich werde das schon irgendwie schneiden. Irgendwie werde ich das machen, dass es passend ist. Nein. Ey, jetzt hat der wirklich noch scharf gemacht. Echt jetzt? Oh nein. Oh, komm, ey. Ich habe es versucht. Es wird nicht klappen. Wir werden wieder verlieren. Ich kann bald nicht mehr, ey. Es ist echt sau anstrengend. Es ist verdammt anstrengend, diese Runde. Ihr wisst das gar nicht, wie anstrengend das ist. Oh, Mann. Mann, lass mich durch hier. Könnte ich mal bitte einen Sniper haben oder so? Ja, Kerl, der trifft mich. Ey, ernst. Okay, gut. Ich stand auf einer höheren Position. Es ist auch leichter zu treffen als auf einer... Naja, egal. Ihr wisst schon. Ich nehme jetzt kurz wieder die Sniper. Okay, nicht getroffen. Wat? Wat? Jetzt schon? Echt jetzt? Wie denn das bitte? Ey, ist ja nicht euer Ernst. Dieser Penner. Die ganze Zeit der. Oh, Mann, ey. Und dieses hessige Bild da noch, ey. Die haben jetzt schon A. Ey, ganz ehrlich. Da können wir gleich aufhören mit B. Verteidigen. Das gibt es ja gar nicht. Ganz ehrlich. B ist jetzt auch schon verloren. Oh, Mann, ey. Als ob wir jetzt auch 100 Kids bekommen würden. Jetzt mal ganz im Ernst. Und jetzt könnt ihr schon wieder meine A.N. nehmen, weil die ja schon so weit vorgedrungen sind, wie auch immer die das geschafft haben. Ey, es ist echt der Wahnsinn. Oh. Ein Glück stand ich nur daneben. Aber den kann ich nicht mal wieder beleben. Oh, Mann, ey. Headshot sogar, ey. Oh, geht der eine auf den Sack, dieser. Oh, Mann, ey. Diese Runde, ne. Sie macht zwar Spaß, aber es ist verdammt deprimiert, wenn man kurz davor immer scheitert. Es ist so zum Kotzen. Ich könnte echt ausrasten. Nein, ich habe ihn gesehen. Mann. Ja, lauf du nur. Lauf du nur. Ja, die Bombe ist scharf. Jetzt mal ohne Spaß. Ist mir egal. Wenn ich es entschärfen kann, okay, gut. Man sollte zwar nicht aufgeben, aber das ist jetzt hier nun schon wirklich verloren. Obwohl, wir haben noch 62. Wenn wir das jetzt noch schaffen sollten. Also, ich habe ehrlich gesagt nicht glaube. Mann, ey. Ist da einer, ey. Ne, schaffen wir nicht. Bumm. Komm, geh hoch. Meine Fresse, ey. Ist das ein scheiß... Ist das eine scheiß deprimierende Runde. So, kommen jetzt die letzten. Ich weiß nicht. Sind das jetzt die letzten schon? Ja, sieht so aus, wa? Hab keine Ahnung. Ja, das sind die letzten. Wissen wir ja noch von der... von der letzten Runde. Was steht da eigentlich? Interessant. Lol. Meine Waffe ist in... Meine Waffe ist da drinnen. Und meine Hand auch. Wie geil. Ah, jetzt wird es ja noch schwieriger. Guckt mal da oben. Da habe ich schon einen gesehen. Ich wollte gerade meine Kamera rausholen und den anvisieren. Ja. Wir sind hier nicht bei Far Cry. Da muss doch irgendwo einer sein. Irgendwo hier sind sie doch überall. Ja, feindlicher Scharfschütze. Wer hätte das denn nur gedacht? Auf einer Sniper-Map ein Scharfschützen. Das ist jetzt... Das kommt jetzt sehr weit hergeholt. Rüber. Und ich treffe nicht mal. Ich treffe nicht mal. Das war so schlecht von mir. Oh Mann. Ah, ich trinke mal kurz einen Schluck. Meine Güte. Kann sein, dass ich... Oh Gott. Was ist denn das, ey? Wie geil ist das denn bitte? Wow. Ah. Da war mal einer clever und hat C4 angebracht. Ob das so clever ist, ich weiß nicht. Das sehen die doch eh. Egal. Wee. Wo bin ich hier eigentlich? Ja, hier. Okay, gut. 84. Ey, wenn wir die Runde noch gewinnen, dann weiß ich auch nicht. Dann nehme ich noch eine Runde auf. Muss jetzt aber nicht unbedingt Rush sein. Auch wenn Rush halt mega geil ist. Aber trotzdem. Rush muss es jetzt nicht sein. Vielleicht eine schöne Runde Team Deathmatch. So zur Abwechslung mal was Kleines. Oh Gott. Ey, komm. Der war doch fast tot. Das kannst du mir nicht... Ach Mann, ey. Komm, stirb wenigstens. Bitte. Dann halt nicht. Ja, bravo. Werdet das denn nur wieder gedacht? Komm, der ist fast gestorben, ey. Jetzt ist noch die andere Bombe scharf. Oh Gott. Okay, alles klar. Die Runde wird... Die Runde ist für den Arsch. Kommt schon. Bitte. Nee. Schade. Oh Mann, ey. War das eine Scheißrunde. Also, wir waren so gut am Anfang, ja. Und dann war es so schlecht geworden. Dann haben die noch beide Ziele genommen. Die Schweine. Das gibt's gar nicht, ey. Alter, stimmt. Oh, ich hab nur eine Pistole. Oh, nice. Cool. Stimmt ja, wir sind ja sogar 61 gewonnen. Also müssen wir ja richtig viele Punkte bekommen. Am 10.000, so das war. Wie viel bitte sind das? 30.000? Wow. Wow. Alter. 56.000 irgendwas Punkte. In einer Runde. Ich bin Erster. Alter, der Höchste hat 13.000. Ich bin grad mal von dem Team. Der achte Platz wäre ich. Ey, nee. Ich will nicht die nächste Runde noch mitspielen. Pass auf. Bettniss ist eine andere Map. Ja, Tatsache, Hammerhead. Hammerhead, mein ich. Nee, also Rush jetzt grad erstmal nicht mehr. Auf Rush hab ich keinen Bock. Ich werd mit euch das Battlepack öffnen. Darauf hab ich Bock. Um zu schauen, was drin ist. Es ist ja zwar nicht so groß überraschend immer. Weil da meistens ja nur Visiere und sowas drin ist. Aber vielleicht ist da eine coole Tarnung dabei. Weiß man ja nicht. Oh, wie wäre ein Angreifer. Na, egal. Ich mag zwar Angreifer mehr. Habt ihr an der einen Folge gesehen. Wo ich nur gerusht bin auf Shanghai. Blago for Shanghai. Boah. Boah. Bin ein bisschen müde, ja. Doch. Battlepacks. Oh, wir haben sogar zwei. Wegen Rang 60 hab ich auch noch nicht geöffnet. Das ist ja ja nischt. Oh. Okay, für die PKP Pekinik. Und ein 100% Boost. Das ist schön. Naja, ich sag ja nur Visiere und dann auch nur die Behinderten überhaupt. Battlelock Emblem interessiert mich nicht. Aber der Boost ist interessant. Für mich. Jo. Gut. Dann würde ich mal sagen. War's das für die Folge? Vielleicht mach ich der doch zusammen. Mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Entweder kriegt der eine lange Folge oder ich, äh, unterteile die und bring den einen Tag am Abend dann. Mal gucken. Gut. Haut auf jeden Fall rein. Ja. In der nächsten Folge machen wir wieder ein paar kleinere Runden. Weil die war jetzt schon echt ganz schön lang. Also wirklich ganz schön lang. Liegt aber auch an uns, dass wir so stur waren und nicht verlieren wollten. Und dass die halt am Anfang nicht so mit der Masse kamen. Die kamen halt erst am Ende mit der riesen Masse. Das war der Wahnsinn. Krass war das einfach nur. Das war wirklich nicht mehr normal. Gut. Haut rein. Bis zur nächsten Folge von Let's Battle. Battlefield 4. Mh. Vielleicht Dragon's Teeth. Mal schauen. Haut rein. Und. Ciao. Ciao.